Unser Job führt uns an viele Orte. Manchmal müssen wir dafür bis ganz nach oben. Das gilt auch für unsere Handys. Jede Höhe, jedes Wetter. Hallo! Ja, der Termin geht in Ordnung. Ja, danke! Hallo? Bist du noch da? Ah, perfekt! Den Rest machen wir später aus. Gut, danke. Servus! Wir müssen uns auf unsere Handys verlassen können. Egal wie kalt es ist. Und manchmal sind unsere Handys sogar unsere Augen. Und spüren die Problemstelle für uns auf. Unsere digitalen Begleiter brauchen wir jeden Tag. Verlässlichkeit ist alles für uns. was wir können in other exemple, die loving-bottet gehen. Ihr seid für uns. Ja... Das ist das Ding im, da." Und dann kommt uns auf unsere Handys.